Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Fuck Yeah, dem Info-Gedöns, mittlerweile schon in der fünften Ausgabe. Auch heute habe ich wieder einige interessante Themen für euch und beginne wie immer mit dem Livestream, der diese Woche wieder zur altgewohnten Zeit, nämlich am Donnerstag, stattfinden wird. Donnerstag, der 11. April 2013, ab 21 Uhr auf hiyuga.de. Zocken werden wir diese Woche Archblade. Archblade ist eine Mischung aus, ich sag mal, Tournament-Shooter und League of Legends. In der Third-Person-Ansicht kämpft man da halt gegeneinander in Fünfer-Teams, in verschiedenen Modi, Capture the Flag, Domination, Free-for-All, Team-Deathmatch. Das Ganze ist kostenlos, sieht mega geil aus und kann einfach über Steam gezockt werden. Sprich, ihr braucht nicht mal einen Account dafür, checkt das Game einfach bei Steam, ladet es euch runter und dann können wir am Donnerstagabend zusammen loslegen. Ja, mir macht das Spiel mördermäßig Spaß und ich hoffe, wir können uns da eine Runde gepflegt auf die Oma hauen. Gut, ja, Donnerstag, der 11. April, 21 Uhr, hiyuga.de. Wie immer nochmal alle Daten via Facebook und Twitter, dann könnt ihr nichts verpassen. Gut, da ich hier gerade schon so schön über Tournament-Shooter rede, ich war ja letzte Woche in Köln und habe mich dort mit dem Sergeant Rumpel getroffen und wir haben gequasselt und gequatscht und sind natürlich auch auf das Thema Chivalry gekommen. Und ich weiß, viele von euch wünschen sich sehnlichst, dass es davon ein paar neue Ausgaben gibt. Wir beide, also der Rumpel und ich, wir möchten auch mal gerne wieder loslegen und deswegen haben wir gesagt, machen wir das doch einfach. Ja, aber das Problem ist, wir haben da noch kein festes Datum. Der Rumpel hat auch noch einige neue Ideen, wie er das Ganze gerne erweitern möchte. Das klingt schon mal alles ziemlich cool, aber ich will da noch nicht zu viel verraten. In einer Sache könnt ihr euch aber gewiss sein, es werden neue Folgen Chivalry kommen. Allerdings weiß ich noch nicht wann, aber ist ja auch egal, denn wenn es kommt, dann kommt es heftig, dann kommt es derbe und dann werden wir uns wieder in guter Mittelalter-Tradition mit dem Schwert gegenseitig die Köpfe von den Schultern reißen. Das wird richtig geil, ich freue mich da auf alle Fälle auch schon. Wie gesagt, stay tuned, mehr Infos gibt es da auch auf Facebook und Twitter. Außerdem haben mich ja auch ein paar von euch im Steam und sehen ja dann sicherlich, wenn ich Chivalry am Zocken bin. Gut, da wir gerade schon über den Rumpel sprechen oder ich über den Rumpel spreche, möchte ich euch noch auf ein kleines Nebenprojekt von ihm hinweisen, nämlich Allendia. Dahinter verbirgt sich diesmal kein Let's Play, sondern eine Mitmach-Fantasy-Geschichte aus einem von ihm erfundenen Fantasy-Universum. Das Ganze zieht ihr derzeit auf auf Allendia.com. Die URL habe ich euch auch unten in die Kommentare geschrieben. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Es gibt eine Grundstory, die kann von der Community der Webseite erweitert werden und dann soll da irgendwann ein riesiges Fantasy-Universum bei herauskommen mit ganz vielen Geschichten und so weiter und so fort. Der Sergeant Rumpel ist da auch fleißig dabei, das Ganze als Hörbuch zu vertonen. Die erste Ausgabe davon ist auch bereits erschienen. Das Ganze könnt ihr euch auf Allendia.com und auf seinem Kanal anschauen. Ich als Rollenspieler, naja, zumindest als Videorollenspieler, finde das schon mal richtig geil und wer von euch gerne in Fantasy-Welten unterwegs ist und sich für allerlei Gedöns interessiert, sollte da auch auf alle Fälle mal vorbeischauen. Apropos vorbeischauen. Als ich in Köln war, war ich auch im Kino und habe mir die Deutschland-Premiere des neuen Mass-Effekt-Films Paragon Lost angeschaut. Ja, der Film ist zwar schon ein bisschen älter, allerdings erscheint er jetzt auch in Deutschland mit einer, ich sage mal, gelungenen deutschen Vertonung. Wie ihr ja wisst, bin ich ja eigentlich Freund deutscher Synchros und bin da nicht ganz so kritisch wie die ganzen Hardcore-Fans, die bestimmt wieder einiges zu meckern haben. Allerdings habe ich auch ein bisschen was zu meckern, weniger zur Synchro, die fand ich ja gut, sondern eher zum Film an sich. Nun gut, ich bin bestimmt kein großer Mass-Effekt-Fan, was nicht bedeutet, dass ich Mass-Effekt nicht mag, sondern eher, dass ich bisher noch keine Zeit hatte, mich mit diesem Universum genauer zu beschäftigen. Allerdings bin ich ein großer Fan von BioWare und ich mag die Games, die BioWare entwickelt hat und ich mag auch die Art, wie BioWare Geschichten erzählt, nur leider ist das alles so im Film nicht wirklich mit drin. Mass-Effekt ist mitunter die erfolgreichste Reihe von BioWare, denn immerhin die ersten beiden Teile sind wirklich Kult und der dritte, naja, da spalten sich so ein wenig die Meinungen. Die einen sagen, das Ende ist scheiße, die anderen sagen, naja, das Ende ist nicht so toll, aber das Spiel bis zum Ende ist immerhin super und wieder andere sagen, dass das Ende eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wiederum kann man durchaus sagen, dass Mass-Effekt 3 trotzdem ein gutes Spiel ist und deswegen haben sich auch viele auf den Mass-Effekt-Film gefreut, der ja nun auf DVD und ich glaube auch auf Blu-Ray, bin mir da nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle auf DVD bei uns in Deutschland erschienen ist oder noch erscheinen wird. Ich bin hier gerade auf der Amazon-Seite. Ab dem 26. April ist der Film deutschlandweit dann verfügbar. Ja, erstmal muss man mit dazu sagen, dass es hier ein Doppelprojekt war und zwar hat das Animationsstudio, dessen Name mir entfallen ist, ist aber auch nicht so wichtig, hat das Ganze so gedacht, man hat einen Dragon Age-Film gemacht und einen Mass-Effekt-Film. Allerdings ist der Mass-Effekt-Film eigentlich zuerst erschienen und der Dragon Age-Film später. Bei uns ist es aber umgekehrter, da ist erst der Dragon Age und dann der Mass-Effekt-Film erschienen und ich muss sagen, der Dragon Age-Film war jetzt nur so mittel gewesen von der Story, konnte aber durch eine wirklich gelungene Animation überzeugen. Allerdings der Mass-Effekt-Film Paragon Lost ist das genaue Gegenteil, denn da ist die Animation gelinde gesagt eine Katastrophe. Das Ding ist im Anime-Stil gezeichnet und ungefähr auf der Qualität einer durchschnittlichen modernen Serie. Das heißt nicht ganz so hochwertig, wie eigentlich Kinofilme oder Ovas produziert werden, sondern dann eher schon auf Fernsehqualität. Das würde ja noch gehen, hätte man nicht versucht, so einen Anime-3D-Mix zu machen. Allerdings, wenn ich an Anime-3D-Mix denke, denke ich an so Sachen wie Apple Seed oder an Ghost in the Shell und das sind Filme, die sind schon bockalt, bestimmt schon zehn Jahre und die sind echt gut. Also die sind super, auch von der Animation her. Bei Mass-Effekt kommt man sich vor, als ob die 3D-Szenen mit einer geringeren FPS laufen, als ob die nur mit 20 Bildern pro Sekunde laufen. Das heißt, das 3D-Bild ruckelt. Es ruckelt und das ist echt total kacke, denn somit geht ja dieser ganze moderne Effekt flöten. Und jetzt sind wir ja auch nicht mehr mitten in den 90ern, sondern leider schon 2013. Und da finde ich, sollte man, gerade wenn man so eine krasse Marke wie Mass-Effekt mit drin hat, doch schon einiges bieten. Hinzu kommt, dass auch die optische Qualität des 3Ds total unterbemittelt ist, denn die Texturen sind vermatscht. Sie sind matschig. Wie kann ich einen Film mit 3D produzieren, so eine derbe Marke haben und dann habe ich matschige Texturen in einem Film, der 90 Minuten geht? Das verstehe ich ganz ehrlich gesagt nicht. Vor allem, wenn ich an Mass-Effekt denke, dann denke ich an Weltraum, unendliche Weiten, verschiedene Planeten, Massenportale, also diese Portale, mit denen man blitzschnell durchs Universum reisen kann, die ja dem Spieler auch seinen Namen geben. Und ich denke vor allem an Commander Shepard. Und all das kommt im Film nicht vor. Der Film soll nämlich eigentlich so ein wenig die Brücke bilden zwischen dem zweiten und dem dritten Teil. Und jeder Mass-Effekt-Fan erhofft sich da natürlich so ein wenig Erlebnisse aus dem Leben von Commander Shepard, der ja am Ende des zweiten Teils, glaube ich, verschwunden ist. Wie gesagt, ich habe das Game nicht gezockt, korrigiert mich da, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber ich glaube, er ist am Ende des zweiten Teils verschwunden. Und ja, alle denken, er ist tot. Und der Film dreht sich um James Vega. James Vega ist ein Mitglied der Marines und ein Riesen-Fan von Shepard und ja, eifert so ein wenig dem seinen Heldentaten nach. Er ist Mitglied eines Teams und befindet sich auf einer Mission zu einem entlegenen, ja, Wüstenplaneten, auf dem eine seltene Ressource abgebaut wird. Allerdings befindet sich die Kolonie dort unter Angriff von Aliens und ja, die Aufgabe der Marines ist es, hier ein wenig die Action zu starten. Natürlich geht die Aktion total schief und ganz schnell ist ein kleiner Teil der Gruppe auf sich allein gestellt und James übernimmt das Kommando und schafft es in seiner heldenhaften Art natürlich das Ganze zu meistern und die Schlacht für sich zu entscheiden. Keine Angst, das ist kein Spoiler, das ist bloß der Anfang des Films. Ja, und dann wird er auf dem Planeten stationiert und verbringt hier halt seine Tage und dann passieren ein paar seltsame Seltsamkeiten, auf die ich jetzt aus Spoilergründen nicht näher eingehen möchte. Aber der ganze Film spielt auf diesem blöden, wüsten Planeten. Und natürlich werden auch hier und da ein paar Eckdaten aus dem Mass Effect Universum übernommen, aber man könnte auch genauso gut Spaceship Troopers davor setzen oder Just Another Alien Space Movie. Es fehlt einfach wirklich die tiefe Verbindung zu Mass Effect. Okay, James Vega ist auch ein Charakter aus dem dritten Teil und ja, die Spieler des dritten Teils werden jetzt schon erahnen, um welchen Einsatz und um welche Handlung es sich dreht. Denn wenn man sich im dritten Teil mit James Vega unterhält, gibt er da auch ein paar kleine Detailspreise, die jetzt hier, sag ich mal, sich auf die Story schließen lassen. Mal davon abgesehen, dass die optische Charaktergestaltung wirklich echt nicht so wirklich 2013 und für einen Sci-Fi-Film überhaupt nicht akzeptabel ist, geht die Story gerade noch so. Also man kann sie schauen. Es ist Popcorn-Kino, auch wenn das Ende so ein bisschen gaga gemacht ist. Wer von euch ein knallharter Mass Effect-Fan ist, sollte sich den Film ansehen, da ihr da bestimmt noch ein paar kleine Infos rausziehen könnt, die ihr bisher noch nicht hattet. Wer sowieso nichts mit Sci-Fi und Gedöns anfangen kann, der kann sich die Kohle sparen und alle anderen sollten sich überlegen, ob sie wirklich jetzt einfach nur, äh, sag ich mal, 90 Minuten kleinere Unterhaltung wollen oder ob sie jetzt hier einen großen Film erwarten. Ich persönlich sage mal, ich würde ihn mir nicht noch mal anschauen, denn ich fand ihn halt echt einfach schlecht. Kann natürlich jeder sehen, wie er will. Das ist jetzt auch nur meine Meinung. Der Film wird bei uns, wie gesagt, nur auf DVD erscheinen oder auch auf Blu-ray, aber auf jeden Fall auf DVD. Ab dem 26. April hatte ich ja gerade vorgelesen, aber ich bin hier eh gerade auf Amazon, seit ich kann aber ganz schnell schauen. Und zwar wird es auch eine Blu-ray geben. Ja, dem Film wird es auch auf Blu-ray geben, auch ab dem 26. April. Dann könnt ihr euch da selbst ein Bild von machen, aber wie gesagt, wenn ihr nicht unbedingt ein mega Mass Effect Fan seid, dann überlegt euch das gut und auch wenn ihr Mass Effect Fan seid, stellt keine zu hohen Ansprüche an den Film. Vergleichsweise war nämlich der Dragon Age Film wirklich besser und jetzt habe ich damals schon gesagt, dass der Dragon Age Film nicht so pralle war. Also seht ihr ungefähr, was ich damit meine. Gut, soviel dazu, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat jetzt meine kurze Film-Review, die jetzt wirklich mehr, eigentlich diesmal mehr Hate war als alles andere, gefallen. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Themen öfter bei Fuck Yeah hören wollt oder ob ich mich wirklich nur auf meinen Kanal und auf den Livestream und so beziehen soll und auf die anderen Sachen nicht weiter eingehen brauche. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ihr lieben Leute. Ansonsten bleibt nichts mehr viel zu sagen. Brutal Legend habe ich durchgezockt. Da wird diese Woche, ich glaube Freitag oder Samstag, die letzte Folge erscheinen. Dann geht es direkt weiter mit Resident Evil 6. Und dann gibt es zwischendurch auch nochmal ein paar Folgen Chivalry. Am Donnerstagabend zocken wir Archblade im Livestream. In den Kommentaren findet ihr auch nochmal den Link zu Archblade auf Steam. Und mir bleibt jetzt da nichts mehr zu sagen, außer wie immer, ich bedanke mich fürs Zuhören, dass ihr es soweit geschafft habt. Wie immer bekommt ihr weitere Informationen immer per Facebook und Twitter. Checkt da einfach mal rein. Kommt doch mal in den Chat, da sind wir abends wunderbar am Quatschen. Ja, ne? Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Fuck yeah. Euer Hyuga. Pass box. Pass box. Pass box.